Hallo und herzlich willkommen zur 311. Folge von Minecraft Staffel 6. Heute mal ein bisschen anders. Gestern kam ja die andere Minecraft Folge oder die letzte Minecraft Folge. Eigentlich ist die eigentliche 311 und ich sehe gerade es wird dunkel. Wir sind immer noch auf dem Treibenland Server. Ich erkläre euch gleich den Sachverhalt. Ich kann noch nicht schlafen. Die Anni ist übrigens wieder mit auf dem Server und im TS. Hallo Anni. Hallo. Und der Sonnenschein ist noch mit im Chat mit dabei. Also mit dem TS drin. Hallöchen. Aber ich verabschiede mich jetzt auch, denn ich muss jetzt offline. Okay. Also dann sage ich tschau, macht's gut, wünsche euch noch viel Spaß. Jo, gleichfalls. Tschau tschau. So, jetzt haben wir wieder Alaini. Ist die Anni denn wieder in Fernray? Nein. Die Anni ist auch noch im Sternsing näher. Ist das richtig? Of course. Genau. Of course. Zack. Hier runter. Aber hier komme ich jetzt nicht hin. Hier muss ich das Redstone-Signal legen. Und zwar nach da. Der Generator hier. Ich habe hier kein Redstone mehr. Redstone, Weedstone. Oh, jetzt bin ich ganz unten. Soll ich mir was bringen? Ich bin gerade im Lager. Ne, ne. Ich habe hier noch ein paar Blöcke. Okay. So. Ich habe auch noch einen dritten Repeater. Den muss ich wahrscheinlich auch irgendwo zwischensetzen, weil das nicht klappt. Sonst hier oben. Ich habe das nämlich schon mal ausprobiert. Da geht er mal hoch. Ja. Wie komme ich jetzt hier ganz nach... Ach, hier rüben habe ich eine Leiter nach oben. Und zwar... Achso, habe ich schon. Auf diese. Genau. Das ist nämlich die Treppen. Tack. Tick. Und da könnte man... Ja, hier hinten hatte ich das. Wo hatte ich das? Hier. Da habe ich das nämlich extra weggenommen. Was passiert, wenn ich den Block wegnehme? Das geht. Das geht. Das ist super. Das ist super. Wenn ich so zu sagen jetzt das Redstone... Oder mal, ich muss mal ganz normal nach unten... Ich sehe noch der eine Repeater. Der ist nämlich hier. Ich muss das kurz mal irgendwie... Ja, das kriegt man hin. Das kriegt man hin. Das kriegt man alles hin. So, der Repeater. Geh nach da. Okay. Dann tun wir den nicht wegnehmen. Kein Ding. Dann tun wir den hier wieder hinsetzen. So, Redstone. Geht hier rein. Zack. Wird verlängert. Und geht aber noch nicht. Weil das Signal wohin kommt? Äh, hier. Und zwar ist mir gestern mein Rechner abgeschmiert. Deswegen ist die eigentliche 311 hier. Ja, ihr wisst schon. So. Am besten wäre das sehr, wenn der Repeater hier auch noch ist. Also ich baue jetzt mal noch einen zweiten Repeater. Autsch. Nur noch mal um. Und hier. Ein zweiter. Das ist ja nicht schlimm. Ich habe hier noch ein bisschen Material über. Ach, das klappt auch so. Passt auf. Zack. Und zack. Da wirst du gleich mal wie ein Repeater funktioniert. Ich glaube, den habe ich noch nicht so oft in meinem Let's Playgebaut. Zack. Und da hat man einen Repeater. Ja. Den ist halt einfach stärker. So weiß es in deutschen. So weiß es in deutschen. Hier hinten muss ich hoch. Ich gucke doch mal, ob es funktioniert. Zack. Natürlich ist das jetzt hier ein bisschen problematisch. Deswegen setze ich den mal so hin. So. Und wenn ich den jetzt hier wegnehme. Und da hat mir gerade jemand geschrieben. Ja. 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 Kein Problem hat er geschrieben. Das Chef. Und das Wort mir nicht sagt. Ach nicht, Chef. Genau. Genau. Die Glock funktioniert schon mal. Das Signal. Das Signal gibt es hier nicht. Warum? Warum? Warum macht es das? Na, klasse. Äh, hier. Zack. Ich verstehe das Problem. Ich verstehe das Problem. Äh, wir setzen, haben ja nicht noch solche Stufen hier. Doch, 11. Ich muss mal was essen hier. Ich muss mal was essen. Und dann setze ich mal auf. Laut. Funktioniert. Äh, aus, aus, aus. Anni, hast du gehört? Ja, hab ich. Das ist gut. Das ist gut. So, jetzt können wir mich hier oben unsere Stufen setzen. Dort, wo wir sie benötigen. Und die Treppe am besten habe ich dir jetzt zugebaut. Ne, hier ist sie. Gehen wir nochmal nach unten. Ach, hier ist sie, Anni. Guten Tag. Guten Tag. Wollte mal nach unten schauen, hier. Ja. Die, die, die Anni könnte mir ein wenig behilflich sein. Ja. Da geht es ja ein bisschen schneller. Äh, die Bricks, die ich in der Hand habe, ne? Die Netterziegel. Ja. Da habe ich gestern noch ein paar, äh, hier Nettersteine in die Öfen gepackt im, äh, in der Schmiede. Ja. Ich glaub, ich weiß nicht, ob ihr die schon rausgenommen habt. Ich glaub, Ceron könnte die eventuell verwendet haben für, äh, drüben die, äh, ihr Schweißerhütte. Äh, Schweißerhütte sag ich schon. Die Schwitzhütte. Schweißhütte. Genau. Die Schwitzhütte. Die Schwitzhütte. Schweißhütte. 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 So sagt der Techniker. Ja. Ich schau mal nach. Brauchst du davon noch ein bisschen? Äh, einiges, weil da soll das Dach ja davon entstehen. Okay. Oder ich geh dann einfach mal, äh, ne, das, das dauert zu lang. Mhm. So, wie war das jetzt? So. Super. Krieg mir übelst wenig raus. Aber ich brauche nicht so viel. So viel brauche ich da ja nicht davon. Und hier machen wir noch mal so viel davon. Hm. Wir brauchen jetzt Treppen. Treppen macht man so. Acht Stück haben wir da jetzt. Ich gucke jetzt mal, wie es reicht. Äh, hier. Fichtenstufen. Da haben wir auf jeden Fall noch welche da. Haben noch welche da? Ja. 31 Cent im Ofen. Mhm. Es sind ja vier Öfen. Ist in den Rest nichts mehr drin? Äh. Aber ich hab noch welche in meiner Kiste drin. Okay. In den anderen Öfen ist jetzt nur Stein. Okay. Aber ich schau mal eben in den Kisten. Ja. Weil ich müsste mal die eben mal schnell brennen. Ich hatte nämlich auch was mitgebracht. Können wir uns mal schnell mal umgucken, was denn hier alles entstanden? Oh ja. Hier ist noch ein bisschen was entstanden. Äh. Wo fangen wir denn mal an hier? Da ist die Anni übrigens. Wo war sie denn gerade? Ach ne. Das war ein Dorf. Dort unten ist das Karussell. Verwechselst du mich jetzt schon mit den Bewohnern hier? Genau. Die Brücke ist fertig geworden. Das geht gar nicht. Dort hinten ist ein Häuschen im Wald entstanden. Ich nehme an, das ist jetzt, äh, so ein Holzfällerhütte. Wer hat die denn gestern noch gebaut? Ich war ja nicht mehr da. Fasgard und Delfino haben die gebaut. Okay. Glaube ich. Weil da können wir ja dann auch noch mal hingehen. Ich bin mal ganz kurz out of hier. Ich, äh, lasse euch mal ganz kurz hier mit dem wunderschönen Blick alleine. Was? Zack. Ich bin da schon wieder weg. Und, äh, bin wieder da. Äh. Lass euch mal allein. Höhöh. Zack. Upsala. Hopla. Da habe ich meine Maus gerade gegen die Tastatur gestoßen. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht, ne? Ach, ist zu wenig. Definitiv. Ich sehe es gerade. Also, die Schaltung funktioniert schon mal. Die kann vom, äh, Hauptmann abgenommen werden. Oder von der jeweiligen, äh, Lärmschutzbehörde. So. Los reicht. So, aus dem Rest den wir dann bekommen, machen wir dann die normalen Blöcke. Ja, ne? Ne. Ich habe mich getäuscht. Okay. Ich dachte es wird schon wieder dunkel. Klopf. Klopf, 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 klopf. So. Da hast du dich geirrt? Ihr, wie man auch sagt? Hopp. Hopp. Now, Opel, Now. Ähm, mir ist aufgefallen, dass ich in letzter Zeit sehr viel Hopp. 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 das ist so wahrscheinlich ein neues Wort von mir, was ich sehr oft benutze, wie so ein mancher anderer, was anderes sagt. Ich sehe, es wird langsam wieder Nacht. Na, habla. Und da war es wieder. Ja, der Mond geht schon auf. Ich suche mal das Klang. Das klappt wunderbar. Ja, hier ist es. Ich höre die Glocken leiten. Ich auch. Es war ein bisschen russisch gebaut hier, aber das kennt man ja aus Deutschland. Spaß, wir machen natürlich alles ordentlich. Aber, wo du gesagt hast, ich liege, hat es auch sofort angefangen mit Bibeln. Also, ist das doch mal ein guter Tick, den ich eingestellt habe. Ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet, wo ich die Repeater eingestellt habe, aber... Ich glaube doch. Es funktioniert. Ja, müssen wir dann auch mal ein bisschen timen. Aber ich glaube, das könnte noch eine Menge Näter Zeug werden. Ich wollte jetzt aber nicht nur extra den Näter. Zeron hat gestern schon gesagt, wenn ich in den Näter gehe, das dauert dann zu lang. Ich bin aber heute Abend, also des heutigen Tages Abend, nochmal hier in der Aufnahme dabei, ab 23 Uhr. Aber das seht ihr dann wahrscheinlich in den nächsten Folge gehen. So, machen wir das mal so. Und dann kommt ihr eine Reihe rum. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Und die hier, die 12 Stück, die kommen jetzt noch außen ran. Da fange ich mal hier an, wo es am gefährlichsten ausschaut. So, zack, hier über die Halbstufe gibt es dann sozusagen die Shift-Taste überhaupt nichts. Ich sag mal, nur die Bestätigung von unten gucken, äh, unten hören, wie das ausschaut. Und ob ich das wieder abbreißen soll. Zack. Uh, da habe ich kurz mal Puls. Mit einem kleinen Finger, mit der rechten Hand die Shift-Taste zu drücken. Und ich habe in den kleinen Finger heute einen Trigger Finger. Weil ich mit dem sehr viel heute getan habe. Und ich halte jetzt sehr viel programmiert auf Arbeit. Und ich habe mein Werk auch vollständig abschließen können. Da habe ich mich gefreut. Jetzt ist ich schon seit Freitag dran, Scheiße. Das sagt man nicht. Das sagt man nicht. Gerade hier im Letzt-Play ist es gerade leise. Aber ich habe Musik im Grunde an, äh, hier in die Musik. Wir haben Anfang der Folge. Folgen werden es natürlich auch ein bisschen länger werden. Na, weil wir wollen ja hier fertig werden, logischerweise. Und wir haben von, äh, den lieben Ceron nochmal die Erlaubnis bekommen, hier drauf gehen zu dürfen. Ich weiß nicht, wie das ausschaut. Anni, kannst du das von unten beobachten? Sonst komme ich mal schnell runter. Ja, warte, warte, warte. Danke. Ich, ich komme eh jetzt wohl. Ich nehme mir mein Bett am besten mit. Ich glaube ich die beste Variante. Muss ich mir eh noch ein bisschen was, äh, zu Essen holen. Ich bin gerade auf dem Weg. Guck mal, ich war so, so lange nicht da, dass das Gras schon bis nach ganz oben gewachsen ist. In meiner Erbtreppe. Siehst du mal. Ich habe die Treppe gleich mit aufgesammelt hier. Guck mal mal. Hola. Ja, ja, ich, äh, hallo, ich bin hinter dir. Jetzt vor dir. Ich gucke mal von hier hinten. Hier so ein schöner Aufgang. Verwinkelte Treppenstufen hier. So, zack. Ich habe gestern herausgefunden, dass das Ideal ist, der Berg hier. Hier, Binnings bauen, Glaubenvorstelle 17. Hier ist cool, hier kriegt man einen Schaden. Ja, man schleicht nicht. Hier ist nämlich, äh, Magma-Plecke unten drunter. Ja, 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 ja. Genau, da kommt dann noch die Turmspitze drauf. Oh, den Block würde ich gerne abbauen, aber ich traue mich nicht. Oh, ich gucke jetzt mal. Hier oben ist eine Truhe, da könnte eventuell Nederstein drin sein. Ähm, hier sind übrigens die Magma-Blöcke, aber die hat's hier rund, glaube ich... Ne, das waren nicht die Magma-Blöcke, das waren die Nederwarzen-Blöcke, die er verändert hat. Wo bist du denn? Unten in der Schmiede? Da gehe ich jetzt hin. Ach so. Hinter dir bin ich. Ach, du warst im Schwitztempel da. Äh, am Schwitztempel, genau. Am Schwitztempel. So, guck ich mal da rein. Da sind 38. Da sind ein paar Steine. Und da sind Treppen. Super. Zwei Close Stone. Guck ich nochmal schnell hier irgendwo rein. Hier sind 32. Ich nehme mir mal vier raus. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Tu ich dann oben gleich in die Truhe. Äh, sonst brauche ich hier überhaupt nix. Hier ist Eisen drin. Alles klar. Genau. Gut. Sind hier noch irgendwo Nedersteine drin? Ne, sind nicht. Okay, dann gucke ich jetzt, ob das reicht. Das war jetzt alles, was ich noch aus meiner Kiste genommen hatte. Mhm. Da waren ja noch welche drin. Ja, guck. Oh, hier ist ein Plattenspieler. Ja. Guck mal. Zack. Ein Kett. Hauen wir mal drauf die Platte. Mal sehen, ob wir die hier oben hören. Ah, bestimmt. Hundertprozentig hören wir die hier oben. Ich wollte mal das Krimi-Spiel angucken. Ah ne, das machen wir in der nächsten Folge. Hm. Wir werden die Spannung aufbauen. Ja. Die Anni läuft zur Holzhütte. Ja. Haben wir nämlich ein bisschen Musik hier. Tja. Gesundheit. Entschuldigung. Okay. Keine Absicht. Gesundheit. Das ist live. Live is live. Live is live. Na 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 na. So. Zack. 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 So kam jetzt hier schon die. Oder war das noch ein höher? Hm. Ich glaube ja. Ich mach das jetzt erstmal auf den hier. Oh, da. Da war's schon wieder. Ich glaub die Folge ist hoppela. Ja, du machst gerade das Dach. Ja. Okay. Okay. Wollte ich ja gestern auch noch anfangen. War ich gerade dabei nether quartz zu holen. Habe ich auch noch geholt. Oh, da unten ist ne Loa rausgefallen. Hm. Ich seh schon. So. Ist aber ein schönes Lied. Muss ich sagen. Gefällt mir. Mach ich da so einen hin. Anni guck doch mal so von unten ob das gut ausschaut. Ja, ich wollte gerade hier auf den Berg mal gucken. Mhm. Ja. Ja. Mal Gegenmaterial holen. In Form von Erde. Haben hier unten nämlich noch welche. Zack. Die lege ich jetzt mal hier rein. Aua. Zack, 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 zack. Das brauchen wir jetzt nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Das auch nicht und da ist die Truhe voll. Da ist was drunter. Da ist Dings drunter. Bin eben drüber gelaufen. Achso. Jetzt weiß ich wo du meinst. Und jetzt habe ich leichten Schaden gekriegt. Ja, den haben wir ja alle. Ha. Leichten Schaden. So, mal gucken hier den Kirchtern. Ja, das sieht schon ganz gut aus. So. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und das Problem ist, ob man noch zwei drücken und 33 Blöcke. Das ist nämlich das Hauptproblem von mir, dass wir die Blöcke ausgehen. Ja, nee, Anni, da bin ich auf jeden Fall raus aus dem Ding, weil das ist massiv zu spät. Ich wäre schon ab 20 Uhr im Knobeln gewesen. Sag allen schöne Grüße, aber das wäre für mich nur freitags möglich um so eine Uhrzeit. Das geht sonst nicht. Also euch viel Spaß, falls du mitmachst, aber für mich, wenn dann nur am Wochenende um die Uhrzeit. Das war jetzt live zugeschaltender du, ne? Oh, Entschuldigung. Ich bin extra leise gewesen, ja. Deswegen hast du nichts mehr gesagt. Ich weiß, ich bin ja noch mal so ein bisschen hinterlistig. Hey. So. Haben fünf Leitern, ich glaube aber an die Treppen geht es nicht rein. Doch, geht. Ist ja lustig. So, der wird das nämlich jetzt Nacht. Ich glaube, die habe ich etwas unprofessionell gesetzt hier. Nämlich, hier geht es ja hoch. Das kann ich ja eh mal wegräumen hier. Und man kann schlafen. Oh, schon. Ja, warte, verdammt. So, mein lieben Freunde. Äh, ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Und ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao.